FOLLOW ME, CAUSE THIS IS DROX Oh shit Weg mit dir Zack, da haben wir den ersten vernichtet Okay Oh lol Das hat nicht funktioniert Stirb Leide Oh shit Ah, ich bin tot Kacke Okay Also das ist komplett nur trash gegen trash Oh wow Kann man hier eigentlich nicht so sterben? Ich denke nicht, oder? Oh lol, aber Ah, okay Das ist ja meine erste Runde, Leute Also von daher verzeiht mir, wenn ich schlecht bin Von die trash ist sowieso auch nicht so mein Ding Und lol daneben gekickt Achso, hier sind so Mauern drin Oh wow Okay, töten kann man keinen Weg mit dir Weg Jawohl, da haben wir wieder einen Kill Oder hier halt so Einen getötet oder einen da reingeschmissen Oh shit Weg 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 mit dir Oh lol Nicht getroffen What? Okay Ich bin knapp dran vorbeigeflogen Weg Oh lol Hat der den im letzten Moment gesaved? Shit Ah Okay, bin dran vorbeigeflogen Healung Heilung Okay, nice Okay Habe ich eine SIS gekriegt? Weg mit dir Weg mit dir Dein Team hat die Hälfte seiner Seelen gesammelt Oh shit Also ist ja schon irgendwie ulkig, wie man hier durch die Gegend fliegt Und lol M8 Ein Gegner ist gottgleich Heilung Ah, nicht getroffen Kurva Wow Der Sternenvernichter Hundertmachseelen Okay Ah, das ist eine ziemlich schnelle Runde Oh man Warum in die falsche Richtung Oh wow Hat er mich da wieder reingehauen Brutalst Nein, nicht getroffen Kann man sich die Heilung so schnappen mit dem Hup? Oh Ah, shit Wurde ich beim Grab rausgegrappt? What? Weg mit dir Also da sieht man meine Trash Skills Die sind nicht gerade so bombig Ah Auch wieder nicht getroffen Shit Ja, Leute Die erste Runde Ach so, geht immer in zwei Runden So wie ich das verstehe Yo Okay Wir haben die erste Runde leider verkackt Jetzt in die Runde Mal gucken, was so abgeht Gucken, ob wir jetzt hier so hinkriegen Also ich Hab ein paar Kills gehabt Aber leider nicht viele Oh shit Weil sie Grabs treffen Ja Uh Auch dabei geflutscht Aber die hauen mich so schnell low Und dann krieg ich so schnell auf die Mütze Beziehungsweise kick mich so schnell da rein Jawoll, den haben wir Den treffen wir wieder nicht So close Ah shit Und weg mit dir Jawoll Oh shit Wow Ah nein Gut, ich bin von dem einen Nach da gekickt Dann hab ich noch währenddessen Eine Lantern gegrabt Weg mit dir Oh no Weg mit dir Schade, Schokolade Oh, der war close I need help Jawoll Den hab ich sogar nur getötet Kacke Oh shit No Okay, das geht auch Also man muss die nicht unbedingt mit der E da reinkicken Yeah, den haben wir gut gesnackt Nice Den haben wir uns gut gesnackt Ah Dein Team hat die Hälfte seiner Seelen gesammelt Machst du mal Heilung Oh, Doppeltötung Nice GG Jawoll Aber nur ein Assist gekriegt Bam Berserger Jetzt geht ab hier Jetzt haut er die Skills raus hier Oh shit Ich hab gedacht Ich hab mich schon zu dem hingezogen No No Kacke Da hat mich zerlegt Scheißen Dreck Und weg mit dir Ab in das kosmische Drecksloch Shit Und ich komm direkt hinterher Oh lol Das gegnerische Team ist aber trotzdem wieder besser wie wir Weg mit dir Nein Mich hatte wieder erwischt Schade Okay, das war die zweite Runde Das war Wir haben leider die erste Map Runde Sternvernichter Verloren Schade drum Aber Egal Ich war gar nicht mal so bad Finde ich Ich ehre jetzt einfach mal irgendein Einfach mal so Mal gucken Ob da steht Wie viele Punkte wir gemacht haben Wir haben Zehn zu zwölf Das ist doch okay Zweitbester Fürs erste Mal GG Leute, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Wenn ihr mehr davon wollt Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare Mehr von diesem Fun Modus Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Haut rein